Ein Mannschaftskamerad von Kelly, dahinter der Ihre der Favoriten, dann rechts dahinter, das ist Panizza, der älteste überhaupt im Feld mit 38 Jahren, der ehemalige italienische Meister, da die Bierung, Panizza, der alte Kelly, der Kalimant, er will wieder Truppe machen, im Feldfahrt, in einem Lennon, gibt sich geschlagen und die Jagd geht weiter, alles wieder zusammen, die Windschatten des Motorrads, jetzt weitere Anhandel, schneller fahren an. Bei den meisten Fällen in dieser Runde, die Geräte kamen, der Linkskate, der letzte Kumpelplatz, bei den Citysirken. Junge, Landsmann ist ja schon wieder mit vorn. Sein junger Landsmann, sein Mannschaftsgefährte Peter Zwolle, hat ihn da gehalten. Noch immer wieder spitze, und du kannst einfach nicht erschaffen. Dann kann jeder alle, wenn er so gerne gewonnen hätte, ein anderes, ein neuer Ansatz. Als Seger soll ein Schwede, der in Italien fährt, Tommi Briem, der andere Schwede ist ausgeschieden. Ihr Seger-Song, Jelanderson, und Schwule, Barbie. Jelanderson takes a shortbread, wipes his face, puts re-inverted, and attacks him to the right-away path, very quiet. Jelanderson, Daddy, Nanny Rehensack! Einwhen hat ihn sein Haus hat und alles zuliebe, wenn er das englische Fernsehema empfangen hat. Und da setzt er sich an. Dieser Grab ist jetzt ganz allein für seminars. Der Mann, der 26 Jahre alt ist, der 6. und 9. in der Tour de France gewesen ist, neun Tage schon das gelbe Trikot getragen hat. Zweiter war er bei Lüttigband von den Lüttig vor wenigen Wochen. Immer ein anderes Lüttig, ein Streit, ich bin gefahren. Der Mann, der 2. in der Tour de France gewesen ist, Gewaltig.